Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir sind noch auf La Palma hier im Paradies. Wir haben hier unser Wochen-Seminar ein Falte-Dicht gegeben. Dazu haben wir ein großes Video gemacht. Das kommt in ungefähr einer Woche raus. Und dann seht ihr auch das große Video vom Theaterkonzert in Köln. Gigantische Aufnahmen. Dazu jetzt ein kleines Special für euch. Wir haben noch ein Theaterkonzert in diesem Jahr, und zwar in Augsburg am 4. November. Dort wird mich die Vivian noch einmal begleiten. Die Vivian, meine Sängerin, die auch schon in Köln dabei war, wird aus Wien einfliegen und wird den Abend mit uns in diesem Theater zu einem ganz magischen Experiment werden lassen. Außerdem wird Mr. Cam Schott mit seiner bezaubernden Frau und Rhyme Labenz, zwei begnadete Rapper aus Augsburg, mit dabei sein und uns dort supporten. Das ist eine alte Militärkaserne, in der ein Theater eingebaut wurde von den Amis seinerzeit. Eine sehr, sehr schöne Location, um einen magischen Abend zu feiern, Urbanes und Spirit zusammenzubringen. Und für alle Freunde aus der Schweiz habe ich am 10. November noch die Einladung, mit dabei zu sein. Wir geben in Luzern ein Konzert mit Geigenbegleitung. Rahel Spirit wird mich mit ihrer Geige live begleiten und bei einigen Songs improvisiert und auch geplant dazu spielen. Das wird einmalig schön, da müsst ihr vorbeikommen. Am 11. November wird es das erste Zwischen-den-Welten-Seminar geben, das ich mit Johanna ganz neu kreiert habe, wo wir Spiritualität und Alltag in Balance bringen. Und dazu seht ihr alle Infos auf der Homepage. Ich blende euch hier gleich alle Anmeldedates ein und ich freue mich, wenn wir uns in Augsburg sehen, beim großen Jahresevent am 4. November oder in Luzern in der Schweiz. Ansonsten sind wir noch in Chur, in der Nähe von Zürich sind wir noch und in Nürnberg, bei Nürnberg in Pegnitz. Und alle Freunde aus Süddeutschland und der Schweiz haben jetzt nochmal die Chance, uns zu besuchen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ansonsten genießt bald das Video aus La Palma und das Video vom Köln-Konzert. Bis bald, alles Liebe, Peace. Bis bald, alles Liebe, Peace. Bis bald, alles Liebe, Peace.